Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurer Make-Chall mit dem Klaas und mit dem Hangaboy. Diesmal spielen wir wieder auf der Hölle Schlucht und zwar ich als Javan und Sandro als Elise. Ich habe keine Ahnung was ich bauen soll. Ich glaube ich gehe einfach Phage, oder? Oder Brutalizer. Hydra ist gar nicht empfohlen. Jo, läuft bei dem. Jo, Swain hat schon wieder kassiert. So, also in unserem Team haben wir noch neben uns beiden Shackos noch eine Catelyn, einen Swain und einen Garen. Garen sollte eigentlich so gut wie GG sein, bloß der steht noch Afghana Base. Jetzt kauft er. Viel zu spät. Kamisch hat. Gott verfehlt mich. Ja. Erstmal tanzen. Im Gegner-Team. Ein Nasus, ein Master Yi, ein Z, einen Fiddlestick und Maulfight. Swain in einem ADC. Ja. Was kauft denn der sich? Achso. Da ist er rausgeflasht. Machst du jemel aufs Maul? Pass auf. Ich habe auch ordentlich kassiert. Was geht in der Nasus? Der geht AP. Okay. Hab ihn. Jo. Ach komm. Wir sind nicht mehr vorwärts gelandet. Wieso schreibt der High Class? Wie heißt denn der? Ich meine Ahnet. Namen. Achso. Denkt er doch jetzt wirklich so. Ich werde drauf gehen, wenn der eine Scholl auf mich macht. Maulfight will mich. Also entweder First Blood ich oder First Blood Swain. Ich glaube eher ich. Ne, ich. Warum du? Ich muss mal einen gescheiten EQ-Combo. Richtig schön treffen. Durch alle durch. Ne, da gehe ich nicht rein. Aber schön gepokt. Autsch. Ah. Nein. Vogel auf Doom. Stirbst du? Schau ich meinen AP an. Ah. Brauche ich. Nehm ich. Ja. Ich weiß gar nicht. Was magst du denn mit Jarvan? Kuh, Kuh. Ja. Immer die Kuh. Oh oh. Vogel. Abhin. Ich sorge für Vision im Busch. Ich bin der Visualizer. Oh das macht damage. Vogel. Oh das macht damage. Desplain zu dir. Nein. Bitte nicht. Ich habe nämlich keine Heiltränke mehr so wie du. Ich wusste es. Okay. Zeit für Magie Resi. Kein Bock mehr. Ha. Was machen wir denn jetzt? Der Swain ey. Ach. Aber immerhin hat er sich den Protektor gekauft. Nein nein. Ne jetzt muss Sven drauf gehen. Ohohohoho, der kommt ran. Nein! Alter! Ich hab mein... Den hättest du einfach wegrennen können. Oh, Vogel! Der macht trotzdem so viel Damage, obwohl ich jetzt schon hier das hier hab. Den Null-Magic-Mantel. Ja. Er bringt das, was wir haben. Der heißt. Null-Magic-Mantel. Null-Protection. Ja. Vision? Ja, da steht er nämlich. Vogel! Oh, Garen. Was tust du? Viel ist raus. 230 Ping, find ich geil. Jetzt ist er wieder bei 80. 50. Einer könnte sich ruhig mal die Heilung holen. Gut ausgewichen. Kommt es hinterher? Nee. So, ich hätt' Ult. Ich geh' hätt' Ulti. Bam! In die Phrase. Der hat engaged. Hast du das gesehen? Oh. Da hat der Viertel dumm geguckt. Oha. Ich war nur drauf, dass der Yi auf einfach nur den Alpha Strike macht. Da ist er schon. Hihi. Pass auf Sven auf, da kann einer drauf fliegen. Okay. Hast du Mana-Probleme? Nee. Hm. Geh' grad'n bisschen. Was? Wie das? Ich hab' das Ding abgefangen. In der Luft. Mach' ich gern. Ich bin der Schneeflockensammler. Ja. Das könnte ich übrigens auch mal anwenden. Hier so. Hup. Hehe. Jetzt kann ich mal ranfliegen. Ich wollt' eigentlich ranfliegen und dann mit der EQ-Kombo wieder weg. Meins. Boah. Tch. Eher hoch meine Rede. Einfach drauf. Autsch. Was war'n das hier? Ah. Dieser hier. Der fokusset auch nur mich irgendwie. Gut. Gute Leiser, oder? Was hol'n wir uns? Ne. Okay. Äh. Black-Clee, wenn ich Gute Leiser. Gute Leiser. Weg geht. Warte. Ich weiß gar nicht. Ist das die E dieses Dunfilter? vom Nasus. Die Sphärde aufm Boden. Ja. Ist schon die E, oder? Oh, das ist die E. Die Q ist ja der dicke Schlag. So. Die wollen unterm Turm. Die können unterm Turm. Bäm. Schon scheiße, wenn man einen Agro hat, ne? Was macht denn der hier? Ult. Da renne ich nicht durch. Ran! Lass den nicht stacken. Die schweinigen Lane-Clear. So. Das wäre ein Stun. Gleich wieder da. Erwischt. Puh. Ja, du oder ich, Garen. So. Jetzt müssen wir Tower-Diven. Ich habe aber jetzt in 40 Sekunden wieder Ult. Müssen wir das? Jo. Das können wir nicht mehr. Der Lane-Clear von denen ist einfach zu fett. Zu fett und hässlich. Ich würde mal lieber den Poro hier. Alle auf den Poro. Du wärst. Ja. Komischer. Braucht man die Heilung da hinten? Ansonsten wäre ich ja nicht abgeneigt. Nein, nein. Passt schon. Oh, Swain. Garen hat auf Malfate True Damage. Das heißt, der würde den richtig schön wegbumsen. Alter, was will der denn hier? Boop. Ja. Einfach nochmal ran an die Flagge. Schade. Ich habe mich einfach oben versteckt, als sie reingangs sind. Die neue Taktik, Swoosh Cam. So. Ich gehe da voll rein, ne? Okay, Sinne. Ne, da gehe ich lieber raus. Wer mich aussaugen will, ey. Wir sollten mal lieber den Turm machen. Disengage. Tschüss. Oh, oh. Hier holt alle ab. Schön, schön. Wo kommst du runter? Ah, in der Mitte. Da, wo ich reingangen bin. Das ist der Nachteil. Wieso? Kann man nicht an den Rändern rauskommen? Nein, du musst auf den Gegner klicken. Ach so. Jetzt würdest du auch einen Minion tun, aber die waren nichts heute vorne. Ja. So, jetzt gehe ich, ähm, erst Rüstung oder Magie Resilie? Ich würde sagen, der Jee, der geht mir auf die Eier. Ich gehe Deadman's Blade, oder? Ja. FK. Der Report. Ja. Komm doch schon. Spinge unterwegs. So. Wir machen unseren Turm. Niemals. Du Lappen. Einfach druff. Druff ist die Devise. Oh, da ist ein Hieb. Keiner kommt mit. Ich hab's alle down gemacht. Low. 6-1-Zie. Alter, der wird ein Problem. Der wird aber echt ein Problem. Easy. Ja, sagst du. Hol dir mal Höllenzepter. Hast du schon Höllenzepter? Warte. Ne. Was, was geht's denn durch? Na. Ich geh wieder tanky ab jetzt. Und der Jee, der ist zu gefeedet. Deswegen geh ich Rüstung zuerst. Er lässt sich wieder hinten. Hallo Freunde. Und der Jee. Hm. Hm. Der reingeht. Da steht ein Poro auf dem Ding. Wie sieht das Poro? Hab ich doch schon. Spinne. Wie viel hat die jetzt gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung. Pass auf. Der will das Feld auf dich machen. 2-90. 1-80. 2-80 das Match. Ist der grad echt rangeflogen? Ne. Ich dachte schon. Dieser Gehlen drum wartet. Alter, der hat Ludens, oder? Äh, Nasus mit Ludens. GG. Wir kriegen den Turm nicht da an. Wollen wir nicht reinkommen? Ja. Soll ich jetzt wieder das Suicide mit... Dankeschön, Sandro. Für den netten Vogel. Was musst du auch bei mir stehen? Ja, ja. Was musst du so weit vorne stehen? Nur um deine Kackspinnen dahin zu machen. Ich hau auf den Kackviertel. Auf den Kackviertel. Endlich, ey. Geht da hinten ab? Ah. Ich hab, äh, mein Dings. Na, was? Ach so, die Scholle. Ja, Scholle auf du. Okay, verstehe. Na, endlich. Hammer du mal down. Yo. Geh mal ran hier. Erster Turm. Und Sarah steht schon lange nicht mehr. Uh. Garen. Ja, die wollen. Die wollen. Robin. 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 Ich bin tot. Viertel hat mich gemacht. Swain rennt einfach mitten rein. Jo. Jo. Swain. Kill. Easy. Deadman's Plate fertig. Ich baue als nächstes. Wer ist denn Fett? Die hat nachgelassen. Der hat immer noch 6 Kills. Ist der Afkar? Ne, der ist glaub gestorben. Ähm. Magie Resi. Randuins. Oder? Ne, was gegen den Kackvogel. Ne, eher Randuins. Oder? Magic Res. Spirit Visage oder Benjis? Ne, Benjis lohnt... Spirit Visage. Ja, Spirit Visage. Weil Benjis lohnt sich nicht. Weil wenn er nur uns einen Vogel vormacht, dann ist es sofort weg. Ich komme. Und ich hab Ult. Das sollten wir diesmal gewinnen mit Garen. Der hat jetzt schon Vormox. Warten wir eigentlich. Der hat 6-1. Der ist genauso fett wie hier. Mal gucken, wenn ich pick. Hm, ja, mal schauen. Wenn... Ich kann die nicht diven. Die müssen rauskommen. Was? Wie kommen denn? Deine Spinne ist verwirrt. Wohin? Ja, ich war alleine. Ja, ich hab Viertel gemacht. Wow. Wow. Super. Super. Haha. Super. Easy. Das war fast rough. Ja. Hast du deine Aktion da hinten? Ich bin... Ich hab mindestens drei Leute hochgehauen. Durch die Aktion. Kann ich sagen, weil hinten drei auf mir waren. Achso. Malfall-Set und... Mach's mit Schiss. Dann ist der Malfall vorbei geultet. Hm. Easy. Er kehrt noch einen Hit, dann ist er weg. Okay. Oder er macht's einfach alle. Yo, nice. Schön. Schön, der ist weg. Voilà. Run. Ah ja, der Advanced Blade gibt ja auch Movement Speed. Das ist geil. Dann mischt nur so langsam. So, halt. Ich hätte wieder Ulti ready. Ja, einfach mal einen Turm legen. Ich tank die ganze Gacke. Und Garen auch. Oh, Viertel-Ult. Nein. Ja, mach's dir. Beschützt Caitlyn. Oh, really? Wie soll ich denn die beschützen? Weil ich nix grad hab. Weil ich nix grad hab. Wüsste Entschuld. Haha. Erstmal auf ihn je noch springen. Der Swain ist AFK. Das gefällt mir nicht. Swain AFK. Ja. Alter, wir schauen mal, wie sich der Garen hoch heilt. Haha. Der hat bis jetzt nur War Mox. Und seine Passive. Ach ja, das wär so'n easy win gewesen, wenn der nicht wieder AFK gewesen wäre. Okay. Focused. Ähm. Okay. Ich komm. Ich probier's zumindest. I'm terrified. Hm. Ich kann hier auf dem Haufen stehen. Kein Moifa 3-0-Team. Set the plan. Der Flash wieder raus. Ich hause alle hoch. Geh ich dir auf Nasus? Nope. Ja, ohne Swain machst du da nix. Keiner kriegt den Setdown. Okay. Cruise reports. Swain. AFK. Ah, so'n easy win wieder durch'n AFKler verhunzt. Tuten sie sich alle, um neue Items zu kaufen. Hm. Setz Aram, my friends. Yes. Maybe. Und auch Ranks. Da gibt's auch mal. Mal zwei bis drei AFKs auf einmal. Wir müssen Katelyn und dich einfach beschützen, aber zu zweit wird das ein bisschen schwer. Ich und Geryn. Ach, jetzt ist er alles disconnected. What the fuck? Der steht da schon seit 10 minuten in der Base rum. Der Lenky von uns geht aber in Holding für vier Leute. Wir dürfen nicht engagen. Wir müssen hier rausklicken, Setz. Ja. Wie sagst du eigentlich, wie sagst du eigentlich hier, Death and Splat? Ah, hier ist Tank again. Ah, nein. Tank ist nilometer, oder? Ja, der Malfoy geht nur auf dich. Ich krieg' ihn je nicht. Nee. Ich krieg' ihn je nicht down. Ahem. Hab's ja alle hochgehauen, ey. Kann ich auch nicht machen. Alle vorm Tower eingesperrt. You go after the fucking tank. Ich geh' über... Ich geh' vor allem nach dem Damage, den er habe. Ich komm' nicht ran. Gut. Dritte Runde in einer Erfahrung. Jetzt können wir Reports machen. Ja. Gut, Reports Wayne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.